Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Und wer sich jetzt fragt, heute ist doch Freitag, seit wann bringt die Linda denn freitags einen Podcast raus, das ist relativ neu, Interview-Folgen werden immer am Freitag jetzt gesendet werden. Also wenn ich mal einen spannenden Interview-Partner habe, werden diese Folgen freitags rauskommen. Und heute möchte ich dir Thomas Reich vorstellen. Thomas Reich ist mein Coach, bei ihm mache ich in diesem Jahr die Ausbildung, das Jahrescoaching, die Reich-Methode, komm in deine persönliche Bestform. Und ja, diese Ausbildung begeistert mich total und ich habe mir gedacht, was mich interessiert, könnte dich vielleicht auch interessieren. Denn, so wie der Name schon sagt, Spiritualität trifft Erfolg. Hier geht es natürlich um eine Vermischung aus Spiritualität, das ist das, wofür ich stehe, und Erfolg, und das ist das, wofür der Thomas steht. Und Erfolg und Spiritualität sind für mich persönlich zwei Dinge, die können wunderbar zusammengehören. Und wenn du vielleicht auch Lust hast, dein spirituelles Business nach vorne zu bringen, dann könnte dich unser Austausch bestimmt interessieren. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Linda, was ist jetzt? Fängst du an oder soll ich anfangen? Hey Thomas, hallo liebe Zuhörer. Ich würde sagen, ich fange an, weil Ladies first, oder? Ja, aber wir haben beide Führungen. Wir sind ja beide so Typen, die immer irgendwie vorne sein wollen und immer sagen, wo es lang geht. Also fange ich doch an. Du bist das Alpha-Männchen und ich bin das Alpha-Weibchen und auch dabei gilt ganz klar Ladies first. Ja, aber du könntest einfach mal sagen, okay, Ladies first gilt so häufig. Thomas, heute bist du mal dran. Was hältst du davon? Ich glaube, meine Zuhörerinnen, die würden das sehr charmant finden, wenn du sagst, es ist Ladies first. Und ich glaube, deine Zuhörerinnen auch. Okay, dann machen wir es so, wie es in der Überschrift steht. Spiritualität trifft Erfolg. Ja. Und dann natürlich Ladies first, denn du bist ja für Spiritualität sehr bekannt. Und ich habe davon gehört, dass der eine oder andere sagt, na, Thomas Reich ist irgendwie für Erfolg in welcher Definition auch immer bekannt. Ja, num ist um. Okay, Linda. Wir machen das ja so, du in meinem Podcast, ich in deinem Podcast, wir jetzt unser Podcast im Grunde genommen. Also Ladies first für alle, die jetzt meinen Podcast hören, wollen ja wissen, wer ist denn Linda Giesel? Wer ist das? Ja. Ja, erstmal alle Zuhörer von deinem Podcast und natürlich auch von meinem. Ich freue mich riesig über diesen Talk, denn das soll heute echt eine richtig schöne, spannende Runde werden. Denn ich möchte dem Thomas einfach mal Danke sagen. Ich bin dieses Jahr in seiner Jahresausbildung. Und ja, ich bin Linda Giese, bin spirituelle Mentorin, Chakra-Therapeutin und habe den Lebe-Glücklich-Podcast rausgebracht. Und ja, stehe für alles, was mit Spiritualität zu tun hat. Ist schon seit 18 Jahren hauptberuflich. Aber ich habe noch eine zweite sehr schöne Leidenschaft. Und deswegen verstehen Thomas und ich uns wahrscheinlich auch sehr gut. Nämlich das ist die Leidenschaft des Erfolges. Ich bin sehr gerne erfolgreich und weiß dank Thomas mittlerweile auch warum. Und ich liebe es einfach, ja, zu spielen. Und wenn ich spiele, dann spiele ich natürlich, um zu gewinnen. Und deswegen Erfolg. Erfolg ist für mich Erfüllung. Erfüllung, Freude am Tun. Und ja, das bin ich. Und bin ich du, Thomas? Jetzt muss ich das ja genauso kurz hinkriegen wie du. Ich bin ja so eine Sabbeltasche. Ja, wer bin ich? Ich habe ja das große, wirklich das große Glück und das große Losgezogen. Ich war ja schon mal in deinem Interview, ich glaube so letztes Jahr Juli oder so etwas, glaube ich, um den Dreh. Und ja, wer bin ich? Thomas Reich. Da sagen ganz viele, wenn ich meinen Namen sage, ach Reich wie Arm. Da sage ich, nein, Reich wie Reich. Und dann lachen die sofort. Dann strahlen die. Also ich bin mit diesem wunderbaren Nachnamen Reich auf die Welt gekommen. Und das Einzige, was wirklich reich war in meinem Leben, war tatsächlich der Nachname. Finanziell waren meine Eltern nicht reich. Meine Eltern haben immer, glaube ich, im Dispo wirklich gelebt. Also das Konto war immer überzogen. Und irgendwann und irgendwie viele Generationen zurück wird wohl irgendwer mal wirklich reich gewesen sein, wegen dem Namen, irgendwie, habe ich aber nie recherchiert. Und ja, ich habe dafür gesorgt, dass ich all das, was ich heute in meinem Leben habe, und das ist jetzt ganz wichtig, obwohl ich gerade gesagt habe, meine Eltern lebten in meinem Dispo, trotzdem und vielleicht gerade deswegen, bin ich meinen Eltern sehr dankbar, denn durch meine Eltern bin ich der geworden, der ich bin. Ich habe mit 17 Jahren entschieden, ich bin heute 54 im Jahr 2019, und mit 17 Jahren habe ich entschieden, ich will nie so werden wie meine Eltern. Weil die haben viel gearbeitet körperlich, die haben abends müde auf dem Sofa gelegen und die mussten wirklich viel, viel tun für ihr Geld. Drei Kinder und zu essen hatten wir immer. Eine Hose hatte ich nicht so eine große Auswahl wie heute. Und ja, heute beschäftige ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung, auch bei mir selber und eben auch mit meinen Kunden. Und von daher habe ich mich damals sehr, sehr gefreut, als du, Linda, dich bei mir gemeldet hast und da sagst du, also da wollen wir doch mal jetzt auch nicht nur ein Interview machen. Ich glaube, ich habe erst dich interviewt auch schon mal. Und danach haben wir über das Jahrescoaching geredet und ich habe noch so im ersten Moment gedacht, nein, Linda doch nicht. Also die ist doch, die macht das schon viel länger als ich und die ist schon so weise und und spirituell, die braucht es vielleicht gar nicht mehr. Aber siehe da, jetzt haben wir schon eine ganze Zeit miteinander verbracht. Es ist also irre, was passiert. Es hat mich einfach total gereizt, weil ich wilde mich sehr gerne weiter und ich fand halt das Thema total spannend. Ich dachte, du wärst gar nicht spirituell und dachte, das wäre gut mal. Das dachte ich auch immer. Ja, genau, da bin ich ja auch eines Besseren belehrt worden. Ich habe mich bei dir sehr, sehr wohl gefühlt oder fühle ich mich auch noch sehr wohl. Und vor allen Dingen war das ja auch spannend. Ich hatte ja eine Lebensphase, in der ich das Fernsehen aufgegeben hatte und damit meine Identifikationen erstmal weggeflogen sind, habe ich auch erstmal rumgeguckt und gemerkt, ich könnte eigentlich ganz gut Hilfe gebrauchen bei all dem, was ich mir jetzt eigenständig aufbauen möchte. Und die Entscheidung, zu dir zu kommen, war natürlich die aller, allerbeste. Und ich bin mega gerne bei dir im Jahrescoaching, kann das auch wirklich nur empfehlen. Vor allen Dingen, was ich so enorm spannend finde, ist, dass wir spirituellen Menschen, wir sind ja immer so auf der Suche danach, wer sind wir wirklich und was ist der Sinn des Lebens. Das funktioniert ja auch gut, wenn wir auf dieser Reise sind und das ist auch sehr erfüllend. Aber dein Ansatz ist ja nochmal ein ganz anderer. Du gehst ja über die intrinsischen Motivationen und das fand ich zum Beispiel für mich persönlich eine unglaubliche Bereicherung, denn früher habe ich zum Beispiel immer hinterm Berg gehalten damit, dass ich gerne erfolgreich bin, weil das passt in ein spirituelles Weltbild. Und heute bin ich total stolz und sage das auch total gerne, denn von dir habe ich jetzt über die PLDs, so nennen die sich ja, herausgefunden, dass zum Beispiel das, was bei mir immer so als Egoismus abgestempelt wurde, gar kein Egoismus ist, sondern ein Realismus. Dass ich Dinge tue, weil sie Sinn machen für mich, weil ich etwas davon habe oder weil ich zum Beispiel wie mit dem Spielen, ich möchte natürlich gewinnen. Und das hat mich zum Beispiel extrem entlastet. Und auch zu wissen, ja, ich gebe gerne den Ton an. Das ist einfach so. Ich bin das alte Weibchen. Ich bin Habführung. Und das hat mir total gut getan, ja, einfach auf dieser Ebene einfach auch mein Sein mal zu beleuchten. Genau, das ist ja so wichtig zu erkennen, so wie ich bin, bin ich erstmal gut. Genau. Und ich beschäftige mich ja seit 2013 mit diesen intrinsischen Motivatoren, mit den PLDs, Personal Life Driver. Und es ist so spannend, dass Menschen dadurch, dass sie im Grunde so grün auf weiß, weil die Farben, die wir da darstellen, sind grün, also nicht schwarz auf weiß, sondern grün auf weiß, dann auch sehen, ach ja, das bin, ach so, ja, ach so bin ich, ach so. Und das ist okay, dass ich den Ton angeben will, weil ich habe Führung, ich will Menschen führen, so hoch ausgeprägt. Ach, das ist in Ordnung, weil ich habe immer gehört, stell dich nicht so hervor und sei nicht so vorlaut und all diese ganzen Geschichten. Also wirklich zu sehen, so wie ich bin, bin ich gut. Und dann zu wissen, wenn ich meinen Fokus darauf lege, wie ich intrinsisch ticke, dann werde ich natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen automatisch erfolgreicher, aber zumindest in meiner, wie ich es mal nenne, in meiner persönlichen Bestform erfolgreich. Und ich, wie du schon sagst, ich bin zwar auch spirituell, ich hatte gerade am letzten Wochenende so eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Aber ich bin nicht da draußen bekannt für Spiritualität. Dann würde jetzt keiner drauf kommen und sagen, nee, Thomas, der kommt, der haut dir gleich einer drauf, der stellt dir eine Frage, dann liest du dann mit dem Rücken am Boden und strampelst mit den Füßchen, weil die Frage dich umhaut. Das ist jetzt vielleicht nicht so spirituell, wie die Leute denken. Aber wir haben zum Beispiel ein morphisches Feldlesen gemacht. Ja, natürlich. Mega geil, ja. Ja, auch krass. Ich will mal wissen, und ich weiß es wirklich nicht genau, Linda, also intrinsische Motivation für alle, die hinhören, auch deine Hörer und Hörerinnen, das kommt aus dem Inneren, das sitzt in unseren Genen. Und die intrinsischen Motivationen, die Gene, sind in unserem Unterbewusstsein verankert. Wo kommt denn die Spiritualität her? Ist die auch im Unbewussten, im Unterbewusstsein verankert oder sitzt das tatsächlich irgendwie unsere Birne da oben? Was meinst du? Also unser wahres Sein, unser spirituelles Sein hat recht wenig mit unserem Unterbewusstsein zu tun und auch nicht mit unserer Birne. Also unser Bewusstsein wird nicht vom Gehirn erzeugt, wenn wir auch sehr bewusst bei einer Sache sein können und mit unserer konzentrierten Aufmerksamkeit dabei sein können. Und der Fehler, der häufig meiner Meinung nach in der Spiritualität gemacht wird, wir versuchen, unser wahres Sein zu leben, welches aber völlig übergeordnet ist, dem menschlichen Sein. Wir Menschen hier auf der Erde, wir sind Menschen und da spielt natürlich das Gehirn und auch das Unterbewusstsein und natürlich auch unsere Gene spielen da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wenn ich als spiritueller Mensch meine intrinsischen Motivationen nicht kenne, dann kann das schnell passieren, dass ich Fehler mache. Das heißt, ich strebe nach meiner perfekten Form des höheren Selbst, des Seins, des wahren Seins und unterschlage sozusagen meine intrinsischen Motivationen. Ja, das heißt, Egoismus, nehmen wir mal das Wort, ist negativ. Man soll ja sogar sein Ego loswerden. Ja, meiner Meinung nach muss man erstmal ein gesundes Ego entwickeln, bevor man es loswerden kann. Ja, ich sage auch immer, mach dir dein Ego lieber zum Freuen, denn wenn es ein Teil von dir ist und ich versuche immer das loszuwerden, habe ich einen ständigen Kampf. Genau. Und das Ego in meinem ganz simplen Verständnis nicht als Freund zu sehen halte ich, ich ganz persönlich, nur mit meinen Worten für falsch, wenn es ein Teil von mir ist. Ich habe doch lieber einen Freund an meiner Seite, weil wenn er mein Freund ist, Männlein oder Weiblein, dann kann ich doch immer sagen, hey, ich brauche jetzt mal echt ein bisschen Zeit für mich. Hast du Verständnis dafür? Und meine Freunde, also so die ganz dicken Freunde, die würden sofort sagen, kein Thema. Wie lange brauchst du? Eine Stunde, einen Tag, eine Woche, ein Jahr, zwei Jahre, ein Jahrzehnt? Und das wäre okay für sie. Ja, genau. Ja. Und das meine ich eben einfach. Es ist total schön, wenn wir es hinbekommen, Mensch zu sein und unsere Stärken zu kennen und die natürlich mit unserem höheren Wesen zu verbinden. Nehmen wir das Wort Realismus. Ich tue Dinge, weil sie Sinn machen für mich. Früher nannte man das ja dann Egoismus in der negativen Belastungsform. Seitdem ich das weiß, ist das total schön, weil ich natürlich viel klarer auch meinen spirituellen Beruf jetzt ausübe. Natürlich weiß ich, was ich tue und natürlich macht das Sinn für mich, aber natürlich definitiv auch für alle anderen. Und auch die Führung zu übernehmen ist in meiner Arbeit absolut wichtig. Wenn ich heute eine Ausbildung gebe, wie jetzt 2021 wieder beginnen wird, da ist es total wichtig, die Menschen zu führen. Gerade wenn es um die spirituellen Sphären auch geht, wo man vielleicht wirklich mal loslässt und alles das vergessen darf, was man bisher gelernt hat, um an wirklich seine höheren Kräfte auch ranzukommen und um den ganzen Mechanismus der Spiritualität und der Chakren zu begreifen und auch in diese Erlebnis-Ebene eintauchen zu können. Da ist Führung absolut wichtig. Und somit natürlich auch für spirituell denkende Menschen das Unterbewusstsein. Ganz klar, wichtiger Faktor, sollte man sich mit auskennen. Sollte man wissen, was da los ist. Denn das Unterbewusstsein übernimmt die Führung, oder? Ist so. Du hast gerade gesagt, nur dass ich es richtig gehört habe, Ausbildung, die 2021 losgeht. Ach Quatsch. Das ist ja, wir sind schon zu weit. Ja, das stimmt. 2020 geht es los. Ich bin schon gedanklich viel weiter, ganz genau. Ja, aus dem Grund, dass du es geschafft hast, die Ausbildung für 2020 in, ich sage jetzt mal in meinen Worten, in rasender Geschwindigkeit tatsächlich auch, ich nenne das Wort, das ist wichtig, zu verkaufen, den Menschen anzubieten. Und die Leute haben gesagt, ja, ich will das machen. Und du warst innerhalb von, ich weiß nicht mehr, wie kurz die Zeit war, sie war sehr, sehr kurz. Ach, doch, praktisch mal. War das ausverkauft. Absolut, ja. Und das ist ja auch etwas, was du, da darf ich mir ein bisschen stolz auf die Schulter klopfen, das mache ich jetzt mal eben hier, was du ja tatsächlich auch durch das Jahrescoaching bei mir gelernt hast. Zu sehen, ich kann da was, ich kenne mich damit aus, ich weiß, dass es viele Menschen gebrauchen können und ich traue mich auch damit, auf den Markt zu gehen, etwas ganz Neues zu etablieren und ich traue mich auch, wirklich auch den Preis dafür zu nehmen, den das wert ist. Das hat ein ganz, bei dir geht das ja immer sehr schnell, das hat ein klein wenig gebraucht, aber dann bist du damit ja quasi für alle anderen Teilnehmer im aktuellen Jahrescoaching durch die Decke gegangen und alle haben echt den Stand beim offenen Mund da. Wo dann auch wieder klar wird, nicht, dass alle Leute das machen müssen, was ich denen sage, darum geht es ja nicht, aber so ein paar Methoden und Techniken zu befolgen, die PLDs zu beachten, die Sachen dann anzupacken, da ist der eine eben schneller und der andere braucht etwas mehr Zeit, was auch völlig in Ordnung ist, je nach PLDs, die er hat und schon läuft das. Absolut. Ja und was mir halt wirklich da an dem Punkt auch sehr gut gefallen hat, ist die Techniken und die Tricks, also Tricks sind es nicht Tipps, wollte ich sagen. Ja, Tipps ist besser als Tricks. Nein, nee, Tricks sind es ja gar nicht. Es ist so ein Know-how, es war einfach für mich erstmal so ein Umdenken, das muss ich schon sagen, wo ich im ersten Moment dachte, wow, das ist jetzt eine Technik, da bin ich so gar nicht mit vertraut und ich lasse mich aber mal drauf ein und das Spannende ist, weil du sagtest gerade, nicht jeder muss das so machen, wie du sagst, aber letztendlich, wenn man das nimmt und mit seiner eigenen Persönlichkeit verknüpft und das habe ich einfach gemacht und ich habe gemerkt, dass ich dadurch wirklich niemandem etwas verkaufen musste, im Sinne von jemanden überreden musste, sondern ich habe ein Angebot, ich kenne den Wert, ich habe eine innere Haltung dazu, ich weiß vor allen Dingen, welchen Wert das für den Teilnehmer hat, also für den Auszubildenden, wenn er sich darauf einlässt und das war somit für den Teilnehmer auch total klar, da gab es auch keine Diskussion mehr. Also das bedeutet, wenn wir wirklich aus vollem Herzen zu dem stehen können, wer wir sind oder aber auch, was wir anbieten, dann funktioniert das auch und ich glaube, dass die meisten Menschen, die da Probleme haben, ich sage jetzt mal ihr Herzensbusiness oder ihr Seelenbusiness oder du hättest natürlich eine andere Formulierung auf die Straße zu bringen, dass es wirklich auch an der inneren Haltung liegt, an der inneren Überzeugung, des eigenen Business, des eigenen Selbstwertes und das hat mir bei dir zum Beispiel extrem gut gefallen, dass es auch die ganze Zeit, das ganze Jahr über um das Thema Wert und Selbstwert geht, denn das fand ich super spannend. Ich dachte immer, das sind nur wir spirituellen Fuzzis, die so ein Thema mit dem Selbstwert haben, nee, da sind ja auch wirklich gestandene Businessleute bei dir im Jahrescoaching, da ist ja wirklich breite Brand, die genau das gleiche Thema haben. Menschen, die schon einen großen Umsatz haben, die trotzdem ein Thema mit dem Selbstwert haben. Irre. Absolut, das Thema ist das gleiche, es spielt auch keine Rolle, ob die Anfang 20 sind oder ob sie schon 60 plus sind. Ich hatte ja auch schon Menschen in meinem Jahrescoaching, die 70 Jahre jung waren, das waren bisher immer Frauen in diesem, sagen wir mal, höheren Alter, die auch gesagt haben, nö, das war noch nicht alles, ich will nochmal Gas geben. Und Selbstwert, da spielt das Alter keine Rolle und da spielt auch der Gesamtumsatz keine Rolle, wie du es gesagt hast. Wir haben Menschen dabei, die wirklich einen Millionenumsatz machen mit ihrem Unternehmen, denen es, sagen wir mal, von außen betrachtet, wirtschaftlich, auch privat sehr, sehr gut geht und trotzdem ist das Thema Selbstwert da. Da fühlt sich vielleicht, also im Vergleich, da gibt es manch andere da draußen, die sind Studenten, die haben noch kein Vermögen aufgebaut, die studieren. Und haben wesentlich höheren Selbstwert, obwohl sie, sagen wir mal, vom Vermögen fast bei Null sind. Also da kann man auch wieder sehen, dass das eine mit dem anderen nicht unbedingt etwas zu tun hat. Und was du gerade gesagt hast, fand ich auch sehr schön. Natürlich, die Reichmethode hat bestimmte Module, die Reichmethode hat bestimmte Techniken. Alles Dinge aus der Praxis für die Praxis. Habe ich alles selber ausprobiert, habe ich alles selber lernen dürfen bei den Menschen, die mich ausgebildet haben. Und ich sage dann immer so, weißt du, bei mir ist das wie so eine dreispurige Autobahn. Das ist so die mittlere Spur. Und wenn du ein bisschen schneller unterwegs sein willst, dann gehst du auf die Überholspur, dann machst du es ein kleines bisschen anders. Und wenn du sagst, oh nee, mittlere Spur, so 130er Durchschnitt, kmh ist mir immer noch zu viel, dann gehst du halt auf die rechte Spur, klemmst dich hinter den Lkw, haust dich mit 85, 90 kmh in den Windschatten und machst es ein bisschen langsamer. Aber wichtig ist, dass man diese dreispurige Straße, meinetwegen, benutzt, um für sich eine klare Linie zu haben. Das finde ich wichtig. Linda, du hast gerade vorhin noch was gesagt, ich hoffe, dass ich das richtig wiedergebe, das wahre Sein und das spirituelle Sein. Habe ich das richtig verstanden? Kann sein, dass ich es so formuliert habe, ja. Sag mal, worauf ich hinaus will. Was ist denn der Unterschied zwischen dem spirituellen Sein und dem, meinetwegen, wahren Sein? Wo ist denn da ein Unterschied? Genau, ich habe das wahrscheinlich etwas anders formuliert oder zumindest anders gemeint. Also unser menschliches Sein, ja, und dann gibt es eben dieses wahre Sein, dieses spirituelle Sein. Vielleicht kann ich das anhand eines Beispiels ganz gut erklären. Also wir Menschen hier in unserer menschlichen Daseinsform erleben ja eine Realität. Und das ist auch richtig so. Und vergleichen wir das mal mit einem Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel, ja. Wir sind so die Püppchen, auf dem Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel fällt, ja. Wir können uns mit dem Spiel sehr identifizieren, uns ganz fürchterlich ärgern. Wir können aber auch Freude am Spiel haben. Ja, mal werden wir rausgeschmissen, mal haben wir es mal ein bisschen anstrengender, mal kriegen wir unsere Schäfchen ganz schnell ins Trockene. Aber irgendwie geht es das ganze Leben irgendwie darum, die Schäfchen ins Trockene zu kriegen. Wenn wir uns, das ist unsere menschliche Realität. Aber irgendeiner muss ja würfeln und irgendeiner muss ja die Züge machen. Irgendeiner muss ja spielen. Und derjenige, der spielt, der hat einfach Freude am Spiel. Das ist der, der da oben drüber sitzt. Und der das Ganze von oben betrachtet und sich nicht mit den Dramen, die da unten auf dem Spielbrett passieren, identifiziert. Das muss ja unser höheres Sein. Also etwas, was von diesen menschlichen Dramen komplett entkoppelt hat. Und das ist ein höheres Wesen. Das ist ein Bewusstsein, welches natürlich mit dem gesamten Bewusstsein verschmolzen ist. Das ergibt natürlich sehr hoch. Also das Leben ist ja letztendlich ein Schöpfungsakt, eine beständige Transformation. Und wir hier auf dieser Erde haben halt komplett vergessen, dass wir Teil eines großen Ganzen sind und das große Ganze ein Teil auch von uns ist. Und ja, spielen hier unten unser Mensch ärgere dich nicht Spiel und erleben Dramen und Leiden und ja, haben einfach ganz große Schmerzen, Probleme im Leben, Kummer, Ängste, ja, Minderwertigkeitsgefühle, mangelndes Selbstwert und, und, und. Und ja, und an dem Punkt greift eben meine Chakra-Therapie, die eben Heilung an Körper, Geist und Seele hervorbringt. Das lernen wir natürlich für uns selbst. und auch eben anzuwenden für andere Menschen. Und das reicht so weit, dass wenn du die Mechanismen der Energien verstehst, dann kannst du sogar deine Lebensumstände erfolgreich, wenn du das gerne möchtest, ja, was auch immer für dich Erfolg ist, so gestalten, wie du das möchtest. Ja, also da folgt alles der Aufmerksamkeit. Ja, die, ich sage mal so, die Kunst an der Sache ist, glaube, also glaube ich zumindest, so erfahre ich das mit dem höheren Sein, einmal die Geduld zu haben, das zu erleben, das zu spüren, denn es lässt sich nicht so greifen wie eine Technik aus der Reich-Methode, einer Quizesatz oder eine, also die PLD-Batterie, wo man sehen kann, was mich intrinsisch antreibt. Das kann man ja sehen und das kriegt man vielleicht ein bisschen schneller gespürt, dass man sagt, ja, heute bin ich ein bisschen frustriert, weil ich nicht führen kann oder weil ich keine Aktivität ausleben kann, die ich so stark ausgeprägt habe. Dann ist man ein bisschen genervt. Aber dieses Spirituelle, dieses höhere Sein, das ist ja so schwer greifbar, ne? Ja, das stimmt schon, aber das kann man lernen, das ist auch nicht so schwer, weil wir haben ja nicht nur unsere physischen Sinne, die wir tagtäglich nutzen, um die Welt so zu erfahren, wie wir sie erfahren, sondern wir haben ja auch innere, feinstoffliche Sinne, die sind ja da. Und wenn wir zum Beispiel nachts die Augen zumachen, sehen wir ja auch Bilder. Wir träumen zum Beispiel, wie kann das, natürlich kann man sagen, ja, die Bilder werden im Kopf erzeugt, aber hallo, was passiert da? Da muss ja irgendwas passieren, muss ja ein Zugang zu etwas sein. Und manchmal haben wir auch das Gefühl, die Träume nachts richtig erlebt zu haben. Und man könnte an der Stelle sogar sagen, da habe ich ein Buch gelesen von Matthias Pöhm, bei dem ich auch eine Ausbildung gemacht habe, der auch ein paar Bücher, Schlagfertigkeit, Rhetorik, Reden vor Publikum war damals so das Thema. Und Matthias hat auch damals schon, also schon so 2007, sich ganz viel mit Spiritualität beschäftigt und guckt sich das durch seine Brille an. Und was wollte ich jetzt sagen? Spiritualität? Irgendwas soll ich mal sagen? Verdammter Hacke, jetzt habe ich den Faden verloren. Was hast du gerade noch gesagt? Wir waren bei dem Punkt, höre sein und so weiter. Ja, das mit dem Erleben, mit mehr Geduld, das war davor. Ich weiß nicht, wo du... Ja, das... Du hast irgendwas im Buch gelesen. Ja, dieses, also Matthias, was war die verdammte Hacke da? Aber das ist immer schön, wenn es live ist, ne? Das... Ich komme da gleich wieder drauf. Warte mal ab. Jetzt könnte der Hörer, die Hörerin sich eben ein Glas Wasser holen. Ich komme es noch in der Pause. Oder der macht das mit Absicht. Oder der hat sich Spannende erzeugen. Keine Absicht, habe ich irgendwie, ist mir weggerutscht. Spiritualität, kann ich nicht, ne? Matthias Pöhm, wäre jetzt auf Matthias gekommen. Gleich habe ich es, gleich habe ich es. Warte, 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 warte. Drei Stunden später. Drei Stunden später, ja. Ich glaube, das habe ich nicht einmal erlebt, seitdem ich dich... Bis jetzt nicht, ne? Okay, mache ich es anders. Vielleicht kommt es gleich wieder. Ich schreibe mir mal eben auf hier, Matthias Pöhm. Ich weiß, dass es... Ich habe es selber erlebt. Ich kann nicht sagen, dass ich der hochspirituelle Mensch bin. Ich wollte viele Jahre von dem ganzen Thema nichts wissen. Ich habe so, sage ich mal, tiefere Kontakte damit gemacht. Im Herbst 2016, wo ich mich mit dem morphischen Feld sehr beschäftigt habe, wo mein Ego noch mal rausgekitzelt wurde, wo ich das noch mal viel mehr kennengelernt habe. Und ich weiß, dass jeder seine Zeit braucht, bis er die Dinge erfährt. Und gerade jetzt am letzten Wochenende bei meinem Coach ging es auch darum, im Grunde Körper, Geist und Seele zu vereinen, in eine Verbindung zu bringen, wo ich so weiß, ja, Körper kriege ich hin, Körper, das ist ganz schnell irgendwie spürbar. Im Seele vielleicht auch noch, aber Geist, so hui, das ist aber irgendwie ganz woanders. Und ich habe schon viele Übungen dort gemacht. Sind wir zwei Tage am Stück, bin ich ganz ruhig, rede ganz wenig. Das kennt kaum einer. Maria sagt immer, da knackt da echt der Thomas, weil das fällt ihm nicht leicht, die Fresse zu halten. Das stimmt auch. Und ich habe es auch erlebt bei einer Übung, dass wirklich so plötzlich alles anders war. Mein Körper anfing zu schwingen, sich zu bewegen. Und da hatte ich so dieses Gefühl, jetzt ist Körper, Geist und Seele wirklich eine Einheit. Und es ist aber trotzdem nicht so richtig greifbar gewesen für mich. Und als die Übung zu Ende war, war auch dieser gefühlte Moment zu Ende. Das hat zwar nachgeheilt, es fühlte sich schön an, aber es war irgendwie weg. So, Matthias Pröhm, jetzt habe ich immer noch nicht den Dreh gefunden. Dieses Erfassen. Ich weiß, dass es natürlich für die meisten Menschen leichter ist, etwas zu lernen, zum Beispiel wie du es vermittelst. Weil da hat man es grün auf weiß und dann kann man sich die Zitate und die Sätze merken und anwenden, regeln. Aber man kann eben die Spiritualität sehr wohl lernen. Wir sind alle spirituelle Wesen in einem menschlichen Körper und nicht umgekehrt. Und wir können uns damit auch verbinden. Und allein schon dieses Wort ist schon falsch. Das Verbinden, meinst du? Ja, genau. Ich glaube, der Schamanismus ist eine der ganz wenigen oder vielleicht sogar die einzige Kultur, die sagt, wir sind immer verbunden. Der Spirit ist in allem, was ist. In allem. Also Mensch, Tier, Natur, aber auch Gegenstände. Der Spirit ist in allem. Es kann nichts sein ohne Spirit. Selbst die Buddhisten und Hinduisten sagen auch, man muss sich wieder hinwenden und wieder verbinden. Und allein darin liegt schon ein ganz großer Kasus Knacktus. Denn wenn wir uns begreifen als ein spirituelles Wesen, wenn wir das zulassen und wenn wir zum Beispiel auch spüren, dass wir, wir werden beatmet, wir atmen nicht. Deine Lungen atmen. Du tust da gar nichts für. Wir holen automatisch Luft. Und wir sind verbunden über den Atem mit dem hohen Bewusstsein. Der Schöpfungsakt ist letztendlich ein riesengroßer Atemzug. Das ist vielleicht alles noch ein wenig abstrakt, aber in der Ausbildung wirst du diese Erfahrungen machen. Du wirst dich lösen von all dem, was du gelernt hast. Du wirst deine inneren Sinne schulen. Du wirst einen klaren Zugang haben zu deinen Bewusstwerdungszentralen. Das sind deine Chakren. Nicht nur energieliefernde Zentralen, sondern auch deine Bewusstwerdungszentralen. Und du wirst spüren und lernen und es eben auch anwenden lernen, wie du darüber, über deine Chakren, deine Lebensumstände steuerst, dich selber steuerst, dich bei bester Gesundheit und bester Energie hältst. Und es wird für dich so klar sein, wie, also würdest du jetzt in meine Ausbildung kommen, würden wir mal tauchen, die zwei her, würdest du genauso davon profitieren, wie ich von deiner Ausbildung. Also es ist weniger klar. Warum sind denn wir Menschen, wenn jeder im Grunde auch ein spirituelles Wesen ist, wenn man sich gar nicht, so wie du es gerade gesagt hast, wenn der Buddhismus sagt, es gilt wieder, sich damit zu verbinden, wenn wir doch sowieso verbunden sind, wenn wir doch sowieso angebunden sind und so weiter. Warum ist es denn so passiert auf der Welt, dass es so ist, wie es gerade ist? Dass es doch so wenige Menschen spüren, wirklich spüren, weil es rennt ja nicht jeder durch die Stadt und ist total glücklich und zufrieden. Du stellst dich an irgendeine viel Begane, wie heißt es, eine Straße, wo viel Traffic ist, also auch zu Fuß, Hamburg oder Düsseldorf oder sonst so. Und man sieht ja nicht, dass die Menschen glücklich sind. Man sieht und spürt, da ist doch eher Unglück, Angst, Verkrampfung, Zwang und Druck und hast du nicht gesehen. Warum ist das denn dann so? Warum gibt es nicht den, einen Satz noch, warum gibt es nicht den von oben, den oder die von oben, die Schnips machen und sagen, so, jetzt sind alle wieder ganz smoozy glücklich? Weil es nicht der Sinn des Ganzen ist, dass wir alle smoozy glücklich sind, sondern weil der Sinn des Ganzen ist, dass all das, was nicht Liebe oder nicht Glück ist, transformiert wird in Liebe und Glück. Das Ganze ist ein großer Transformationsprozess. Wir Menschen, wenn wir alle nach unserer Berufung streben und suchen, wir haben letztendlich eine einzige Aufgabe und das ist eben all das, was nicht Liebe ist, in Liebe zu transformieren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen früher einen viel größeren Zugang hatten zu ihren spirituellen Fähigkeiten und Wahrnehmungen. Das im Laufe der Evolution, aus verschiedenen Gründen, will er jetzt auch gar nicht mit irgendwelchen Verschwörungstheorien und irgendwelchen Machtgehabe aufwarten, aber es wird Gründe gegeben haben, warum der Mensch sich so entwickelt hat, dass er dem Gott Geld dient und der Gier und dadurch natürlich auch eher der Angst. Und was ich total schön finde, ist, dass eine sehr große Entwicklung zu sehen ist, dass die Menschen sich wieder zurückbesinnen wollen, dass sie wieder den Zugang zu ihrer Spiritualität haben wollen, weil nämlich genau das, was du sagst, passiert ist. Die Menschen sind unglücklich. Also durch die Stadt, das siehst du, du siehst förmlich, was die Menschen denken. Und das, was uns davon abhält, uns als spirituelle Menschen wahrzunehmen, ist letztendlich unser Verstand, unser Denker. Also das Mangeldenken, das angstvolle Denken, das abzustellen, dann ist es nicht drauf. Ja, weil der wache Verstand sagt ja auch, das kannst du so nicht machen. Du kannst doch keinem erzählen, dass du spirituell bist. Du bist doch Top-Manager, du trägst einen guten Anzug und so weiter und hast eine tolle Position, verdienst viel Geld, hast Verantwortung im Unternehmen für... Viele von denen haben übrigens persönliche spirituelle Berater, meist inkognito. Ja, genau, inkognito. Und das nimmt schon mehr Raum ein, aber dann eben inkognito, weil sie sich nicht, noch nicht, vielleicht noch nicht trauen, damit rauszugehen und das zu sagen. Und wie du es gesagt hast, die Wahrnehmung wird, glaube ich, tatsächlich, oder im Moment ist es so, dass es schon schwieriger ist für die Menschen, das wahrzunehmen, weil sie viel Ablenkung haben durch, also Internet. Toll, dass es das gibt. Für mich eine geile Erfindung, gar keine Frage, für viele andere auch. Sonst hätten wir uns vielleicht nicht kennengelernt. Durch ein Feuer so irgendwie, ich mache mal ein Feuer und es leuchtet bis nach Hamburg oder so, hätte vielleicht nicht geklappt. Aber natürlich ist es auch viel Ablenkung, Social Media etc. Man kann sich natürlich auch in den Dingen verrennen und immer wieder davor weglaufen, sich einfach mal mit sich selbst zu beschäftigen. Mal hinsetzen und ich gebe zu, ich bin da auch viele Jahre immer vorweggegangen oder drüber weggegangen, habe immer gesagt, eure... Also als mein Jahrescoaching-Programm 2012 gestartet ist, habe ich immer gesagt, geht mir weg mit euren privaten Themen. Okay, wir machen hier Business. Und da war ich wirklich, da war ich, mein Gott, wenn ich das... Unangenehm, oder? Oh, hinterher unangenehm. Also in dem Moment fühlte ich mich natürlich wie der Superheld und so. Habe gedacht, die kommen alle zu mir, die wollen was lernen und ich habe es drauf. Den habe ich echt verbal aufs Magen gehauen. Das war nicht angenehm. Es gab auch den einen oder die eine und andere, es waren damals alles Frauen, was ich auch wieder spannend fand, wo ich mich auch hinterher entschuldigt habe. Und gesagt habe, ey, das tut mir echt leid, da habe ich jetzt was gelernt. Und von daher dieses... Ich habe auch gerade letztens einen Podcast dazu gemacht, wo es darum ging, sich auch einfach mal was zu erlauben. Sich mal erlauben, sich erlauben, für sich zu sein. Sich mal erlauben, für sich alleine zu sein. Sich was rauszunehmen. Dinge mal nicht zu tun. Mal was... Mal nein zu sagen. Das finde ich schon spannend. Und das ist nun mal nicht die... Noch nicht die große Masse der Gesellschaft. Also das, was wir tun. Du noch mal anders als ich. Ich anders als du. Aber wir machen was dafür. Das finde ich sehr wichtig. Und auch das, was wir heute hier einfach mal ganz locker miteinander bereden und beschnacken. Vielleicht fällt mir das mit Pömo gleich nochmal wieder ein. Stichwort steht ja noch. Da trägt ja auch das Internet dazu bei, dass Menschen sich damit beschäftigen und dadurch in Kontakt gehen und sagen, oh ja, das ist total spannend. Ich möchte mal mehr darüber erfahren. Aber guck mal, das Internet. Letztendlich ist das Internet der Ausdruck der Spiritualität. Die Manifestation der Spiritualität. Wir sind alle miteinander vernetzt. Wir sind alle miteinander verbunden. Jetzt kann man sagen, ja, ja, die Giese, da hat sich schön was zurecht gebastelt. Aber das finden wir sogar noch einmal in der Natur. Das war unter der Erde. Die Pilze. Die Pilze unter der Erde, die ein riesengroßes Netzwerk errichten und alles miteinander verbinden und Informationen austauschen und die ganze Natur dadurch letztendlich auch zusammenhält. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir können natürlich rational vorgehen und sagen, Spiritualität und diese Sichtweisen sind alles totaler Quatsch. Wir können das aber auch mal lassen. Wir können einfach mal sagen, okay, wir gucken mal hin. Das Leben ist voller Zeichen. Das haben wir alle schon erlebt. Die komischen Zufälle. Wir denken an jemanden, da ruft jemand an. Das ist aber beim morphischen Feld. Beim morphogenetischen Feld. Das ist ja auch eine Verbindung. Das ist ja auch nichts anderes als ein Netzwerk. Genau. So erkläre ich es ja auch manchen, wenn die sagen, was ist denn das morphische Feld? Ich sage, du, das hast du schon mal erlebt. Wie das hast du schon mal erlebt. Na, dein bester Freund, hast du daran gedacht? Oh, hast du schon lange nie angerufen? Nimmst du das Smartphone? Anruf in Abwesenheit. Dein bester Freund hat angerufen. Ja. Und wenn du dann mit ihm redest, sagst du, ich habe vorhin an dich gedacht. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist Bluetooth. Das ist Bluetooth. Das ist nichts anderes. Aber es funktioniert ja auch noch ganz anders. Menschen, die immer über ihren Job jammern. Morgen schon schlecht gelaunter hingehen. Sich über Arbeitskollegen aufregen. Sich da aufregen, dass das Gehalt zu wenig ist. Der Chef cholerisch ist oder whatever. Das machst du für eine ganze Weile. Und dann irgendwann, zack, greift die Verbindung. Job weg. Stehen sie nach hinten in der Hand. Schon zehnmal erlebt. Und dann ist das Geschrei groß. Könnten wir all dieses Wissen ja nutzen und wirklich ganz bewusst etwas tun, nämlich eine Verbindung aufbauen, die wir uns gerne wünschen. Wirklich konsequent. Du sagst ja immer so schön, Kontinuität bescheiden. Bescheißt dich nicht, ja. Kontinuierlich wirklich uns das mit dem verbinden, was wir auch gerne haben wollen. Und da kommt es nämlich auch, dass wir den Fernseher mal auslassen, dass wir die ganzen Ablenkungen auslassen, dass wir uns wirklich mit uns beschäftigen, wenn wir mal nichts tun. Da kommen nämlich auch ganz viele Informationen. Die sind uns dann auch immer zugänglich. Die filtert das Gehirn dann vor lauter Stress nicht einfach raus, damit wir Konzentration für unsere Tätigkeit haben. Nee, dann kann unser Gehirn sich mal entspannen. Dann kommen die ganzen Informationen durch. Und wir erleben dann auf einmal, dass wir, wenn wir Dinge tun, die uns Freude machen, wenn wir Dinge einfach mal liegen lassen können und uns mit uns verbinden, wenn wir in so einen Modus eintauchen, in dem es wirklich nur um uns und unser Leben geht, dann wandelt sich unser Leben. Dann dreht sich was. Dann tut sich was. Und dann haben wir auf einmal Lust, auch in unsere persönliche Bestform zu kommen. Dann machen wir anstatt den Fernseher an oder irgendwelche schnöden Ablenkungen, Katzenbabybilder gucken, Katzenvideos gucken in Social Media. Dann fangen wir auf einmal an, Dinge zu lernen, eine Ausbildung zu machen. Klar, so wie ich. Bei mir war es einfach ganz klar. Ich wusste, ich muss jetzt etwas tun, um in meine Bestform zu kommen. Meine 18 Jahre Erfolg haben vorher griffen nicht mehr. Ich musste mir was einfallen lassen. Ich hätte mich auch vor den Fernseher oder Netflix oder sonst was schmeißen können. Ich hätte auch ins arme Opfer sein fallen können. Nee, ich habe gesagt, okay, wenn all das, was bisher gut war, jetzt gerade nicht greift, die Tür einfach irgendwie zu ist, warum auch immer, dann bedeutet das, ich muss einfach mal woanders hingucken. Ich habe einfach die Zeichen erkannt. Dann bist du mir über die Füße gefallen. Wir haben uns ja im Bett kennengelernt. Stimmt, du hast im Bett gelegen morgens. Mein Telefon. Thomas Reich hier. Was kann ich für ein Interview machen? Und das sind Zeichen. Und wenn wir einfach offen sind dafür. Es war ein Zeichen. Thomas, ich meine ganz ehrlich, worüber reden wir? Du hast mich morgens in meinem Bett erwischt. Ich habe die Zeichen erkannt. Wir haben ein bisschen einen Talk gemacht. Aber letztendlich bin ich zu dir in die Ausbildung gekommen. Und letztendlich ist dadurch etwas Gigantisches erwachsen. Habe ich noch gedacht, du bist nicht spirituell. Ganz im Gegenteil. Du hast mich auf jeden Fall drauf und hast mich da echt wirklich super unterstützt. Und jetzt steht da ein Business, was so gigantisch ist. Nicht nur für mich selbst, sondern auch für all die Teilnehmer, die das tun. Und einfach die Zeichen des Lebens erkannt. Und jetzt sagt mal einer, das war nicht spirituell. Denn für mich persönlich ist das, was passiert ist, Schicksalhaft. Denn das hat mein Leben in eine Richtung gelenkt, von der ich heute sagen kann, das kann kein Zufall gewesen sein. Ja, die gibt es ja auch nicht, die berühmten Zufälle. Ja, genau. Da haben wir es doch spirituell. Und genauso wie du sagst, ja, du warst sehr erfolgreich im Fernsehen, im TV. Und wir haben allerdings ja auch sofort im ersten Modul bei mir im Jahrescoaching festgestellt, dass deine intrinsischen Motivatoren nicht alle, aber viele davon, die hoch ausgeprägt sind, überhaupt nicht zum TV gepasst haben. Ja. Also du hast dich ja, sag ich mal, vorsichtig von Karren spannen lassen und dachtest natürlich immer so, ja, das ist ja irgendwie schon richtig. Ich komme damit ja auch aus. Ich werde ja gesehen und ich kann ja überall das reden. Aber du hast auch gemerkt, deswegen war das ja auch irgendwann zu Ende, du hast ja auch gemerkt, wie schwer dir das fällt. Und dass es irgendwie noch nicht so ganz richtig ist, dass es noch nicht das endgültig ist. Das ist es heute auch nicht, was du tust. Also wir sind noch jung an Jahren, da wird noch vieles, vieles passieren. Aber da kam sofort die Klarheit mit dem Thema PLDs, wo auch der Daniel, den meine Podcast-Hörer kennen, der ja auch aus dem Schauspiel kommt und vor der Kamera war, das so wunderbar auch nochmal vorgeführt hat. Also vorgeführt und gezeigt, schaut mal, Linda. Alle haben gedacht im Kopf, boah, wenn ich die wäre, wäre ich ja schon happy, wäre ich ja schon angekommen. Jetzt schaut mal auf die PLDs. Und du hast da gesessen in Tränen und hast gemerkt, ja, scheiße, stimmt. Das war schön. Es war aber auch anstrengend. Und es ist gut, dass es vorbei ist, dass jetzt was Neues passiert. Dass wieder diese Einfachheit zu den intrinsischen Motivatoren. Ja, Wahnsinn. Ja, Pöhm ist mir immer noch nicht eingefallen, Matthias. Ich gucke immer noch hier hin. Ich weiß nur, bei Matthias habe ich so viel gelernt. Matthias Pöhm, vielleicht kennt ihr der ein oder andere aus der Rhetorik, aus der Schlagfertigkeit. Und ich habe irgendwann dann mitbekommen, dass er eben auch Bücher geschrieben hat über Spiritualität. Die haben wir auch gelesen. Die fand ich auch gut. Manches Mal haben sie mich erschrocken, wo ich so dachte, ui, das ist aber krass, was er da jetzt erzählt. Aber so, wie er das erzählt und so, wie er das auch im Buch beschreibt, dass er sagt, guck mal wirklich, wirklich hin. Und sei mal wirklich verdammt ehrlich zu dir. Warum tust du dieses oder jenes? Und da kommt ganz häufig raus, weil wir Menschen natürlich immer als etwas angesehen werden wollen. Seht her, wie schön ich bin. Seht her, wie reich ich bin. Seht her, wo ich wohne. Ich nehme mich da nicht aus. Und, also wenn ich Bilder hier vom Elbstrand poste mit irgendwelchen Schiffchen drauf, dann tue ich das auch ganz bewusst, dass die Leute sagen, boah, Wahnsinn. Der Typ wohnt ja wirklich da an der Elbe mit diesem Blick. Geil. Und der war mal Hauptschüler. Gibt es ja gar nicht. Der hat im Seegewerk eine Ausbildung gemacht. Und dann ist er seinen Weg gegangen. Ich will, dass die Leute das sehen. Und ich will, dass die Menschen sehen, okay, der hat jetzt wirklich viel dafür getan. Der ist nicht mit dem goldenen Löffel irgendwie im Popo geboren oder so. Und wenn Menschen sagen, nee, 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 also ich poste das nur aus Spaß, dann ist das ja nicht ganz korrekt. Aber ich weiß immer noch nicht, warum ich vorhin auf Matthias gekommen bin. Ich kann nur sagen, das heißt nur, ich sage an der Stelle, dass ich von Matthias Pöben wirklich viel, viel, viel gelernt habe. Und dass ich auch Geld investiert habe in eine Ausbildung, die ich bei Matthias gemacht habe. Und mir allerdings auch nach der Ausbildung klar geworden ist, ja, Rhetorik kann ich jetzt mehr als vorher. Schlagwertigkeit in der Sprache auch. Reden vor Popo, bin ich auch besser geworden. Und trotzdem wollte ich nicht die Nummer zwei hinter Matthias Pöben werden oder die Nummer drei. Aber ich kann sagen, das, was ich in 2007, so lange ist das schon her, bei ihm gelernt habe, ist heute locker zu 40 Prozent Teil von der Reichmethode. Teil von dem, was ich daraus so entwickelt habe. Und das ist total spannend, dass ja auch Menschen, das ist ja auch wieder Spiritualität, denke ich mal. Spiritualität trifft Erfolg, dass wir manchmal ja Menschen treffen und das erleben wir natürlich auch in der Jahrescoaching-Gruppe. Das erlebst du auch, wenn du mit deinen Gruppen arbeitest, ob es Lenders Home ist oder wo sie alle zu dir kommen. Da erleben wir ja auch in einer kleineren Gruppe, wie manchmal das Gezicke untereinander da ist. Da ist man total angepisst, weil er oder sie jetzt gerade in den Raum reinkommt. Und schon geht innerlich so ein Motor an, dass man denkt, er schon wieder, sie schon wieder. Kannst du aus deiner Welt der Spiritualität mal den Hörern erzählen, warum ist das so? Warum wird da dieser Knopf gedrückt oder einmal gepikst und schon knallen wir uns irgendwie ein bisschen in die sich Augen durch? Letztendlich all das, was dich an jemand anderem stört, sind Dinge, die du in dir hast und die du in dir unterdrückst, die du selber von dir nicht sehen willst. Die dich einfach antriggern. Es hat immer etwas mit dir selber zu tun, niemals mit dem anderen. Und seitdem ich die Energie lebe, du bist ein anderes Ich und ich bin ein anderes Du, lassen mich solche Dinge in der Regel kalt. Und wenn ich merke, ich ärgere mich dann doch mal über jemanden, dann schaue ich mir denjenigen an und dann erkenne ich, Scheiße, das, was mich an demjenigen erinnert, genau das, was ich an mir selbst nicht leiden kann, aber was in mir existiert. Und zum Beispiel, wenn ich mal ein bisschen Wein getrunken habe, mich nicht so gut im Griff habe, genau dann rauskommt. Vor ein paar Tagen hatte ich das nämlich gehabt, da habe ich mit einem Mann in Kontakt gekommen und der, das war so ein Aufschneider, der war so von sich überzeugt. Und da habe ich so gemerkt, ja, das hat mich echt, das fand ich einfach blöd, das fand ich doof, das fand ich unangenehm. Und da muss ich einfach zugeben, ja, es kann dir auch passieren. Den Teil von dir, den kenne ich. Den gibt es, ja. Ja, das kenne ich. Ja, das kenne ich. Ich kenne das auch, also ich habe eine Menge auch darüber gelernt, also früher noch. Ich bin auch heute mit Sicherheit nicht komplett davon befreit, nicht zu bewerten. Ich bin nicht komplett davon befreit. Ich bin besser geworden als vor ein, zwei, drei Jahren. Viel besser. Ich bin auch viel besser darin geworden, wirklich bei mir zu sein und mich nicht von anderen Dingen so anpiksen zu lassen. Also wirklich, ich sage mal so, zwischen Yin und Yang in der Mitte zu sein, ausgeglichen zu sein. Aber natürlich kann es manchmal voll in das Yang rüberknallen oder in das Yin und boah, schon fahren wir aus der Haut. Passiert auch, anstatt, obwohl wir es ja wissen, zu sagen, nee, nee, warte mal, bevor du jetzt eine Antwort gibst auf diese Anfrage oder auf den Kommentar, Fresse halten, einmal nochmal atmen und dann nochmal ganz kurz rein spüren. Ganz selten passiert es mir, dass ich aus der Haut fahre, aber es ist mir passiert vor ein paar Wochen und dann hat es drei Wochen, drei, locker drei Wochen gedauert, bis das wieder gut war. In mir oder mit dem Menschen? In mir und auch mit dem anderen Menschen, also beide, das hat drei Wochen gedauert. Und ich habe dazu auch den Tasso mit dabei gehabt. Also wir haben dann gesagt, Tasso, komm hier, wir beide, du sollst uns mal helfen. Und das war dann auch gemacht. Tasso ist dein Coach. Tasso ist mein Coach. Aber drei Wochen, sage ich mal, bin ich gefühlt dann mit 80 Prozent meiner Leistung durch die Gegend geeiert, anstatt mit 100 Prozent. Krass, ne? Total krass. Und das ist, das, da darf ich immer sagen, das kostet auch alles irgendwie Geld, wenn wir uns da, ich finde, ja doch, wenn wir uns da nicht im Griff haben, wenn wir nicht klar sind mit uns. Das ist immer eine teure Geschichte und meistens, auf ein Jahr gerechnet, viel teurer, als wenn wir eine Ausbildung machen, wo wir mal lernen, mit uns wirklich gut klarzukommen. Das ist, das ist schon sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ich schaffe es heute besser als früher. Bin nicht ganz davon befreit, dass ich nicht bewerte. Und dieses Thema, wenn mich was anpiekst, bei mir ist immer das Thema, was mich anpiekst, wenn ich die sogenannten, da hört man es schon, die sogenannten erfolgreichsten Trainer, Coaches, Speaker, wobei man das auch nicht wirklich messen kann, wer ist wann wie erfolgreich. Ich sage immer zu mir, ich laufe komplett unterm Radar. Ich bin unbekannt im Grunde gegen viele andere. Und was ich immer beobachte, was man automatisch ein bisschen mitkriegt in Social Media, auch wenn man nicht allzu viel runterscrollt in Facebook oder sonst wo, dann kriege ich im Moment immer mit, also jetzt schreiben wir gerade Oktober 2019, dass so lange, die so lange am Markt sind, Trainer, Coaches, Redner, viele große Namen mit Rabatten um sich schlagen. Heute 50 Prozent oder Sonderrabatt, nur noch bis X Uhrzeit, nur noch so und so viele Plätze, also mit Verknappung. Und da denke ich immer, Leute, warum macht ihr das denn? Was soll das? Und das piekst mich irgendwie an, weil ich vielleicht nicht genau weiß, was steckt denn wirklich dahinter. Und auf der anderen Seite weiß ich, wenn wir Produkte, Dienstleistungen haben für, sagen wir mal, einen Preis, 100 Euro, 200 Euro, 500 Euro, was der ein oder andere vielleicht im Vorbeigehen einfach mal kauft. Ganz wichtig, nur der ein oder andere, wenn man jetzt guckt, was ist der Durchschnittsverdienst von Menschen in Deutschland, liegen wir, glaube ich, bei 1.765 Euro oder so im Monat. Aber wenn man so Preise hat, wo man sagt, ach komm, hier kaufe ich mal und wenn es nichts ist, ist es auch egal. Da funktioniert es natürlich auch, weil die Masse darauf anspringt. Wenn ich weiß, ich schreibe hin, vorher 2.000 Euro, jetzt für 500, dann wissen wir, die Leute kaufen. Ist im Supermarkt genau das Gleiche. Ist nicht anders als das, was die Coaches machen. Und was ich aber jetzt da gelernt habe, für mich, oder zumindest dran bin, das mehr zu verstehen, Lernen ist vielleicht das falsche Wort, ich gucke mir das jetzt an. Ich nenne mal keine Namen an der Stelle hier. Ich habe auch vor ein paar Wochen einen Podcast gemacht, Bilde dir deine eigene Meinung. Und da habe ich über E-Bikes gesprochen. Über E-Bikes. Genau, wo mein alter Freund und Weggefährte Hans-Jürgen mir letztes Jahr auf Mallorca, als wir noch so eine schöne Herbsttour auf Mallorca gemacht haben, mit dem Rennrad, mir begeistert davon erzählt hat, dass er halt E-Bike gefahren ist. Und ich gesagt habe, sag mal, hast du einen Knall oder was? Du fährst doch kein E-Bike, Hans-Jürgen. Du spinnst doch wohl. Wir fahren auch seit 100 Jahren Rennrad. Das ist total, ich sage, hör auf davon zu reden. Ich will es nicht hören, ich will es nicht hören. Ich bin ein echter Radfahrer. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, bin selber E-Bike gefahren und so weiter und habe festgestellt, oh, 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 das ist doch eine schöne Sache. Da kommst du halt mal, sagen wir mal, du willst irgendwo hinfahren, 10, 15 Kilometer, und möchtest aber nicht mit einem pitschnassen Hemder ankommen. Das ist halt mit dem E-Bike, hast du mal Rückenwind. Und dieses tue ich jetzt auch. Ich gucke mir also jetzt demnächst in Hamburg jemanden an, sehr erfolgreich nach außen, sehr bekannt, gutes Marketing und hau trotzdem mit diesen Preisen durch die Gegend. Und das gucke ich mir jetzt mal an. Ich setze mich in die letzte Reihe und beobachte einfach mal und bilde mir meine eigene Meinung und spüre dann, wenn ich da bin, nochmal ganz genau in mich rein, pisse dich das jetzt, entschuldige, dass ich das manchmal so sage, aber pisse dich das jetzt immer noch an, Thomas? Oder lernst du jetzt was, wenn du hier sitzt? Nimmst du was mit für dich? Ja, das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig. Oder immer mal zu gucken, was können wir denn daraus lernen? Das definitiv. Und ich glaube, dass wenn ich mit der Thematik zu dir kommen würde, dann würdest du mir ganz schnell auch schon helfen, bevor ich mir das angucken würde, mir meine Meinung bilden. Da kann nur Angst stecken. Das kann nicht erfüllend sein, was die machen. Dieses Tickets verschenken mit Dumpingpreisen, sich gegenseitig Testimonials schicken und Testimonials mittlerweile schon verkaufen. Oh, kann man kaufen Testimonials? Ja, habe ich jetzt auch schon rausgekommen. Wie ein Doktortitel. Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass das erfüllend ist und ich bin auch total dankbar, dass ich mich davon komplett frei mache. Ich bin gespannt, was du erleben wirst. Wir werden ja davon hören, wir werden uns austauschen, was du da für dich gelernt hast. Ich bin da komplett frei von. Also ich habe das ja selbst auch mal gemacht. Also ich komme ja auch aus der Richtung, dass man natürlich mit Angeboten natürlich dem einen oder anderen eine Freude machen kann und dass sich die Kunden auch ganz schnell an diese Freuden gewöhnen und man sich Menschen auch dahin erzieht. Aber das hat einfach dann nichts mehr mit dem zu tun, was wirklich mein Wert ist. Das habe ich bei dir dieses Jahr so wundervoll gelernt. Also meinen Wert, den Wert meiner Ausbildung oder meiner Produkte oder whatever. Also das, was ich tue, meine Lebenszeit, den Wert meiner Lebenszeit, das kann man ja auch alles beziehen. So klar in mir zu haben, dass ich auf diese Schiene einfach nicht mehr anspringen werde. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich werde auf jeden Fall berichten. Das kann ich an der Stelle sagen. Für uns beide, die Hörer, die können das nicht beurteilen. Aber es wird vor unserem Modul Nummer 5 sein. Das heißt, ich werde im Modul Nummer 5, wo wir natürlich über Verkaufen reden, davon berichten. Also da werde ich das solche, euch werde ich es dann so ziemlich als Erste erzählen. Also es ist tatsächlich den Samstag vor unserem, vor unserem Modul Nummer 5. Ja, da freue ich mich auch schon sehr auf das Modul Nummer 5. Wenn du jetzt sagst, Linda, und ich verstehe das, dass diejenigen, die das tun, mit Dumpingpreisen und mit Prozenten so durch die Gegend werfen, dahinter steckt eine gewisse Angst. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, die haben auch Angst, dass dann diese Drehzahl, die sie erreicht haben, diese Größenordnung, die sie erreicht haben, wie viele Menschen sie erreicht haben, dass sie natürlich ein bisschen Schiss haben. Oh, 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 was passiert, wenn das runtergeht? Und deswegen müssen sie gucken, dass sie immer wieder genügend Teilnehmer bekommen für ihre Veranstaltung. Das kann ich nachvollziehen. Aber dann ist es doch bei mir, das ist eine Frage an dich, aber jetzt mal nur unter uns hier, jetzt hören die anderen da gar nicht hin, aber hat dann der Thomas auch Angst? Oder ist das was anderes? Ja, natürlich müsste da rein theoretisch eine gewisse Angst hinterstecken, dass die mit ihren komischen Machenschaften, die du ja für dich letztendlich ablehnst, dass so viel ist ja klar, also das ist nicht gut, was die machen, dass sie damit irgendwie den Markt kaputt machen und dass das in irgendeiner Form vielleicht auf dich zurückklangen könnte. Das könnte eine Möglichkeit sein, die fällt mir jetzt ad hoc ein. Ja, das ist auch so. Also ich bin, ich sage mal, vor zwei, ungefähr vor zwei Jahren, 2017, da war ich neidisch. Da war ich echt neidisch. Und das hat mir auch mein damaliger Coach gesagt, Thomas, das ist Neid. Was für Neid? Naja, das ist Neid, dass du das nicht hast. Quatsch, das will ich nicht. Dann habe ich das reflektiert, ein bisschen sacken lassen und habe gemerkt, scheiße, das ist doch Neid. Ich bin irgendwie neidisch, dass die damit so viele Menschen erreichen. Und davon bin ich jetzt weg. Ich bin nicht mehr neidisch. Die dürfen so viel Kunden haben, wie sie wollen. Die dürfen so viel Geld verdienen, wie sie wollen. Das ist für mich alles okay. Neid ist raus. Angst, ja, sicherlich irgendwie, so diese Ärgern, sich ärgern, ist ja auch irgendwie ein bisschen Angst. Wirklich Menschen damit zu verunsichern. Also nicht, 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 nicht ganz ehrlich mit ihnen zu sein. Also sie, sie vielleicht, den Leuten immer glauben zu machen, naja, erfolgreich, da schnipst du mit dem Finger und bist erfolgreich. Und hey, nochmal mit dem Finger schnipsen und schon bist du selber Speaker und nochmal mit dem Finger schnipsen und Millionär sowieso. Also einmal in der Nase reiben, wie Vicky früher und so und dann zack, hast du eine Million. Also musst du ja nur dran glauben und dir noch eine rosa-rote Brille aufsetzen und dich in die Ecke und dann wird das schon. Dann machst du noch ein Räucherstäbchen an und dann läuft das. Das ist nicht so. Also bei, ich glaube auch, Linda, bei aller Spiritualität ohne Popo bewegen, ohne nach draußen auch was dafür zu tun, haut es nicht hin, oder? Natürlich nicht. Absolut gar nicht. Also wir Menschen sind hier eingetaucht in ein Schöpferfeld, wo wir von der Pike auflernen, was heißt es eigentlich, Schöpfer zu sein, nämlich erschaffen. Kleinsten Detail. Machen natürlich, natürlich, definitiv. Und ich finde, jeder Einzelne hat die Möglichkeit, wie du schon sagst, sich seine Meinung zu bilden und vergleichen sollten wir uns nicht. Vergleichen bringt sowas hervor, was du da hast, warum du da hingehst und dir das anguckst, wobei es bestimmt spannend und lustig sein wird, das zu tun. Nicht vergleichen und vor allen Dingen diese Seuche, die da im Moment passiert, ist, wir brauchen Reichweite, 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 Kundendaten, Reichweite, möglichst viele erreichen und wenn man sich davon einfach ein Stück frei macht und die Menschen, die man erreicht, wirklich qualitativ hochwertig begleitet und für die da ist und Verbindung schafft, dann denke ich, haben wir alle genug. Absolut. Jedem geholfen. Das ist ja auch, das steckt ja auch in der Reichmethode drin, also immer wieder lernen, sich nicht mehr zu vergleichen, das sage ich auch, also Podcast, ich kann das sagen, ich habe ungefähr durchschnittlich 10.000 Downloads im Monat und ich mache jeden Monat drei, sechs, zwölf, ja doch, zwölf Podcasts, drei die Woche, immer vier, zwölf, zwölf Podcastsendungen pro Monat und damit habe ich im Durchschnitt so 10.000 Downloads, also das heißt, das ist nicht wenig, aber das ist auch nicht viel, also es gibt andere, die so, ich habe davon gehört, dass manche pro Sendung 50.000 Downloads haben, also soll es geben, aber natürlich vergleichen sich wieder die, die anfangen mit Podcasts, die auch bei mir im Coaching sind, oh ja, Thomas, aber du bist ja schon so erfolgreich mit Podcasts und sage ich mal, Leute, ich mache es halt schon fünf Jahre, also ich habe im März 2014 angefangen, also vergleicht auch euch bitte nicht mit mir, dem Thomas und was du sagst, Thema Reichweite, finde ich gut das Wort, weil Reich steckt mit drin, aber das ist genau der Punkt, ich glaube auch, dass Reichweite nicht so wichtig ist, sondern dass eher Tiefe, Tiefgründigkeit, Ehrlichkeit, Verbundenheit von Herz zu Herz viel, viel wichtiger ist und da ist ja auch die Reichmethode vom Businessmodell, wo ich immer sage, lieber weniger Kunden, dafür mit denen intensiver, langfristiger arbeiten und dann sind die Menschen auch bereit, in sich mehr Geld zu investieren, aber dieses, mal hier ein Wochenende hin, mal da ein Wochenende hin und nächstes Wochenende wieder zu einem anderen hin und dann wieder zu dem, also Bäumchen, wechsel dich, macht da keinen Sinn, sondern sich lieber für eine Person, für einen Coachmann oder Frau entscheiden und zu spüren, ja, ja, er oder sie ist das und da kann ich für mich wirklich was lernen, also so wie es bei dir letztendlich auch war und wo ich ja auch immer wieder allen Kunden sage, hört gerne fünf andere Podcasts noch neben Thomas Reich, ich kann euch nur sagen, bringen wird euch das nichts, also lieber weniger machen und nicht, weil ich da ein Ego-Thema habe, sondern einfach nur, weil ich will, dass jeder in seine persönliche Bestform kommt und sich nicht zu sehr immer mit anderen Dingen beschäftigt, da fällt mir so als Bild gerade ein, weißt du, wenn du, wenn jemand gerne Mercedes fährt als Auto, dann kann ich sagen, hey, okay, dann bleib bei Mercedes, weil dir Mercedes gefällt, weil es vielleicht bodenständig ist, weil es sehr geerdet ist, weil Mercedes sportlich geworden ist und dann sagst du, okay, ich habe eine E-Klasse, das ist für meine längeren Reisen und dann hast du vielleicht so eine ganz spritzige C-Klasse mit richtig Power und PS und harte Federn, aber dann bleib wenigstens bei deiner Marke und nutze die Produktpalette, anstatt zu sagen, ich habe Mercedes, dann fahre ich mit dem VW, dann fahre ich mit dem Opel oder mit dem, was weiß ich, Alfa Romeo oder so, das macht, der Unterschied ist irgendwie viel zu groß, sich immer wieder an das eine ganz gut zu gewöhnen und mit dem einen auch wirklich zu wachsen. Ich bin ja ein alter Autofan, ich habe ja schon ein eigenes mehr, aber das fällt mir so ein mit der Formel 1, weil die Formel 1 ist ja auch, bis ein Fahrer in der Formel 1 wirklich erfolgreich wird, wirklich erfolgreich wird, dass er nach Möglichkeit Weltmeister ist mit seiner Marke, das schafft er nicht, nicht, wenn er jedes Jahr den Rennstall wechselt, eine Ferrari, Mercedes, dann zu McLaren und so, dann gilt es, mit dem Auto eine Einheit zu werden. Schuhmacher, bei Michael Schuhmacher hat man immer gesagt, dass er einen Popometer hat, dass der mit dem Hintern fährt und das spürt, wo da noch eine Schraube gestellt werden muss. Jetzt hätte ich fast gesagt, Gott habe ihn selig, aber noch soll er ja leben, der gute Michael. Ja. Linda, Mensch, Püm ist mir noch nicht eingefallen, wenn er mir einfällt, wenn er mir nicht weiß, was war das Thema, dann erzähle ich das im nächsten Podcast. Und wir schreiben es dann in die Shownotes. Oder ich schreibe es doch in die Shownotes an, wenn es mir einfällt. Genau. Also, dann mache ich jetzt mal eben Man's First zur Verabschiedung, dann bist du nämlich auch mal zum Ende dran mit den schönen Worten. Frau hat aber mitgebracht. Ladies first, du kannst die Verabschiedung machen, ich komme dann gleich nochmal. Also, Linda, ich habe ja immer Spaß daran, mit dir zu reden. Und von daher, schön, dass wir es jetzt knapp in einer Stunde geschafft haben, ein paar wunderbare Themen anzusprechen. Spiritualität trifft Erfolg oder Erfolg trifft Spiritualität. Wir haben beide, glaube ich, wirklich, nee, weiß ich für mich in 2019 viel voneinander gelernt und noch sind wir drin in 2019, auch 2020 bin ich ja noch an deiner Seite mit dem Jahrescoaching. Und, ja, vielen Dank für all das, was heute war. Auch wenn mein Hirn zwischendurch einen Aussetzer hatte. Und ich danke jedem, jedem Hörer, jeder Hörerin, also auch alle, die bei Linda schon viele Jahre in Podcasts sind oder in Lindas Home sind, die Linda persönlich kennen. Danke, dass ihr auch mir die Chance gegeben habt, dass ihr mal hört, was ich sozusagen habe. Also, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Linda, jetzt bist du rein. Ja, danke schön, Thomas. Auch ich freue mich sehr über unseren Talk, über unser Interview und natürlich freue ich mich auch auf all das, was dieses Jahr noch kommen wird und bin dir mega dankbar, ja, dass du in mein Leben gekommen bist und mein Leben so schön warte mal, bereichert hast. Okay. Genau und natürlich auch Dankeschön an deine Hörer, dass ich hier zu Wort kommen durfte und dass sie mir zugehört haben. Deinen Podcast packe ich bei mir in meine Shownotes, wenn meine Hörer gerne mehr von dir wissen möchten und Kontakt mit dir haben wollen. Und umgekehrt, in meinen Shownotes steht alles drin, was sie über dich sehen und hören können und Kontakt aufnehmen können. Also von daher haben wir was sehr Schönes da getan für die Welt. Ja. Gut. Ich danke dir. Danke auch, Linda. Und vielen Dank an euch fürs Hinhören und Zuhören. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, das war's auch schon. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und wenn dich etwas interessiert, zum Beispiel der Thomas, dann findest du alle Informationen unten in den Shownotes oder wenn dich meine Ausbildung interessiert, auch diese findest du natürlich in den Shownotes. Von Herzen, wie immer, das Allerschönste für dich. Deine Linda. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. something toàn. Vielen Dank.